Hey, was geht? Heute mit einem 7 Days to Die Gameplay Tutorial, in dem ich euch erkläre, wie ihr euch und anderen Admin-Rechte auf einem Server gebt, wie ihr Zugriff auf euren Server erhaltet und eure 64-Bit-Steamer, die ihr herausfindet, sowie alles weitere erfahrt ihr in dieser Episode. Verlieren wir also keine Zeit und legen direkt los. Vorab ganz wichtig, egal ob gemieteter Server oder eigener Root, der 7 Days to Die Server muss aus sein, damit wir daran herumspielen können. Um uns selbst Admin-Rechte zu geben, müssen wir auf das Verzeichnis des Spiels zugreifen, was man entweder über eine Benutzeroberfläche im Browser machen kann, wenn man einen gemieteten Dienst verwendet, oder generell über ein externes FTP-Programm. Wer das Ganze direkt auf dem PC hostet, bzw. den Browserzugang verwendet, kann den nächsten Schritt überspringen. Um euch damit auf eurem Server einzuloggen, benötigt ihr die passenden Zugangsdaten, die man meistens bei Nitrado & Co. irgendwo an der Seite findet. Nachdem ihr zum Beispiel WinSCP installiert habt, könnt ihr eure Daten eingeben und euch mit eurem Server verbinden. Wichtig ist, dass ihr bei Übertragungsprotokoll SFTP auswählt, da es sonst nicht funktioniert. Je nach Anbieter kann die Oberfläche anders aussehen. In meinem Fall befinde ich mich gerade auf einem privaten Linux Root-Server, auf dem ich alles manuell installiert habe. Als nächstes benötigen wir die Datei Server-Admin.xml, die sich bei mir in .local-share-7days-to-die-saves befindet. Solltet ihr Schwierigkeiten haben, sie zu finden, verwendet am besten die Suchfunktion oben rechts. Öffnet die Datei und sucht euch diese Codezeile raus. Kopiert anschließend alles von dieser bis zu dieser Spitzenklammer und fügt es passend darunter wieder ein mit einem Tab-Abstand. Fast geschafft! Wir benötigen nur noch unsere 64-Bit-Steam-ID, die wir ganz einfach herausfinden können. Geht dazu in Steam auf Einstellungen, dann auf Oberfläche und macht ein Häkchen auf Steam-URL-Anzeigen, wenn verfügbar. Drückt anschließend auf OK und geht auf euren dick gedruckten Namen neben Community. Nun seht ihr hier oben einen hellgrünen Link, der eine lange Zahl beinhaltet. Das ist eure 64-Bit-Steam-ID. Kopiert sie und fügt sie in die Server-Admin.xml ein anstelle der Beispiel-ID. Zack und fertig. Das war's. Nun seid ihr Admin auf eurem Server und könnt zum Beispiel den Kreativ-Modus aktivieren. Was es genau damit auf sich hat und welche Befehle man im Debug-Modus verwenden kann, erkläre ich euch in den Videos, die ich jetzt einblende. Theoretisch könnt ihr auf dieselbe Art und Weise auch anderen Spielanrechte geben. Oder ihr verwendet einfach ingame den Befehl admin-add-ID, womit ein Admin einen weiteren hinzufügen kann. Als ID kommt nicht nur die lange 64-Bit-Infrage, sondern auch die deutlich kürzere, die man schnell mit dem Befehl LP herausfinden kann. Alles klar, damit sind wir auch durch für heute. Ich hoffe, dass euch das Video weiterhelfen konnte und würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. In dem Sinne, habt eine geschmeidige Woche und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017